Der Kaufwunsch hat sich durchgesetzt, das Geld war vorhanden, die Gelegenheit auch, die Uhr ist gekauft. Was aber tut sich nach mehr als einem Jahr, wenn man die Uhr etwas länger hat? Die Mühle Glashütte Rescue Timer habe ich mir ebenfalls im März 2022 gekauft. Es war der Zweitkauf dieser Uhr. Ich hatte die Uhr schon einmal und habe sie letztendlich damals aus zwei Gründen verkauft. Zum einen, um eine andere zu finanzieren und zum anderen, weil ich mit der eingeschliffenen Datumslupe nicht so gut zurecht kam, weil man halt sehr gerade von oben auf die Uhr gucken muss, um das Datum lesen zu können. Jetzt habe ich die Uhr zum zweiten Mal und habe sie 21 Monate zum Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme und ich werde sie definitiv behalten. Es ist eine der Uhren, die sich mit am angenehmsten tragen. Unglaublich weich, keine scharfen Kanten. Ich mag dieses geniale Band mit dem Stahl und den Metallteilen und dem Kautschuk in der Mitte. Finde ich alles grandios. Ich habe an der Uhr ehrlich gesagt so gut wie nichts auszusetzen, auch jetzt nach längerem Tragen. Der einzige Punkt, und den habe ich auch glaube ich im Review damals schon erwähnt, ich weiß es nicht ganz genau, das ist die polierte, glitzernde Bling-Bling-Krone bei einer ansonsten absolut matten Tool-Watch. Also das ist so ein Ding, das habe ich damals nicht verstanden, verstehe es auch heute nicht. Ich verlinke euch das Review von damals hier auf der Seite, da könnt ihr euch das entsprechend anschauen. Auch überprüfen, ob mir das damals schon aufgefallen ist, einschließlich aller Spezifikationen. Das gibt es in dem Review, das werde ich hier nicht noch einmal wiederholen. Ich habe auch das für mich ziemlich geniale Stahl-Kautschukband drangelassen, denn die Glieder sind verschraubt mit runden Kopfschrauben. Damit habe ich mir meine erste Uhr schon verkratzt, weil ich abgerutscht bin und insofern bleibt dieses Band hier dran. Da wird nicht rumexperimentiert. Meine Bandwechselfreude werde ich an dieser Uhr nicht ausleben. Das ist einfach ein unglaubliches tolles Teil, was ich regelmäßig, relativ häufig und mit ganz ganz großem Vergnügen trage.